In der Barlachstadt Güstrow hat der Landkreis Rostock drei Schnelltestzentren für das Coronavirus eingerichtet. Eines befindet sich in der Wollhalle, eines in der Sport- und Kongresshalle und eines in der Sporthalle Kessiner Straße. Das Testzentrum in der Wollhalle wird von der Volkssolidarität betrieben. Drei Zweierteams wechseln sich alle vier Stunden mit den Tests ab. Anken Selk trägt Schutzkleidung, Brille und eine Maske. Sie ist ärztlich geschult und hat ein Zertifikat für Schnelltests. Sie entnimmt den Abstrich aus der Nase. Dieser wird mit einer Lösung vermischt und dann auf den Teststreifen gegeben. Der erste Strich erscheint, wenn genügend Testmaterial vorhanden ist. Die Auswertung des Tests dauert ca. 15 Minuten. Sollte dann ein zweiter Strich erscheinen, dann wäre die Person positiv auf das Coronavirus getestet und müsste dann zur Abklärung einen PCR-Test machen lassen. Die Schnelltests sind 24 Stunden gültig. Wer also demnächst z.B. einen Friseurtermin hat, muss an den Termin zum Schnelltest denken. Es können Termine telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden, aber man kann auch ohne Termin vorbeikommen. Dann kann es allerdings zu Wartezeiten kommen. Die Testzentren in Güstrow sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Und dann wird dasen